Hallo, schön, dass du dich für einen Kurs Wie fliege ich eine Drohne richtig interessierst und bei mir gelandet bist. Ich möchte dir kurz erklären, was ich damit meine und wie mein Kurs in der Praxis abläuft und was du alles lernst. Ich versuche dir in zwei Kurstagen das Drohnefliegen zu vermitteln. Und zwar das Drohnefliegen mit Spaß, aber auch so gut, dass du deine Filmaufnahmen aus ganz neuen Perspektiven erstellen kannst und für den Videoschnitt im Anschluss Top-Material hast. Ich benutze zum Beispiel immer noch dieses Modell, das ist eine DJI Mavic Air. Ich glaube seit 2018 gibt es die, beziehungsweise da habe ich sie mir gekauft. Die Drohne ist top, sie ist klein, handlich, aber was mich begeistert, ist einfach dieses Gimbal-System von DJI. In Verbindung mit der Kamera, diese Drohne kann schon 4K, zwar nur mit 30 FPS, aber für das, was ich filme, vollkommen ausreichend. Und es ist wirklich super, diese Drohne im Einsatz zu haben. Und übrigens, das Fliegen macht auch noch Spaß. Und da kommen wir wieder auf meine Kursinhalte. Ich zeige dir, wie man wirklich fliegt. Und zwar findet sich bei mir die Drohne die meiste Zeit zwischen knietief und kopfhoch und nicht auf 50 Meter und filmt dann wie ein Vogel alles von oben herab. Sondern bei mir ist die Drohne in der Regel auf Augenhöhe und zeigt dir ganz neue Möglichkeiten damit. Aber was ich wirklich damit meine, zeige ich dir in dem nächsten Film. Bleib dran und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich! Sondern bei mir ist die Drohne die Drohne. Ich hoffe, dir hat mein kleiner Film gefallen und du bist immer noch neugierig, einen Drohnenkurs bei mir zu buchen. Wenn dem so ist, möchte ich dir noch ein paar Dinge zum Ablauf des Kurses mitgeben. Am ersten Tag steht das Fliegen der Drohne im Vordergrund. Starten, landen. Aber auch koordinierte Kreise fliegen, Kurven fliegen, Rechtecke, Dreiecke, knapp über den Boden fliegen. Und natürlich reden wir auch ein bisschen über die gesetzlichen Bestimmungen. Keine Angst, das wird kein Seminar mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mir geht es einfach darum, dir die Gefahren und Risiken aufzuzeigen und wie du dich am besten davor schützen kannst, dir oder anderen einen Schaden zuzufügen. Oder auch deiner Drohne natürlich, das wollen wir ja auch nicht. Der zweite Tag, da steht das Filmen im Vordergrund. Wir werden auch mit Personen dann filmen, dass du letztendlich auch ein Gefühl für Perspektive, für die richtige Geschwindigkeit bekommst, so dass du deine Drohne so steuerst, dass die Filmaufnahmen smooth, ruhig und stabil ablaufen können. Und natürlich auch das Thema Kommunikation mit deinem Schauspieler üben wir ein bisschen, weil der Schauspieler ist auf deine Kommandos und auf deine Regieanweisungen absolut angewiesen. Die reine Flugzeit pro Tag beträgt circa zwei Stunden, beziehungsweise wenn du mir das Signal gibst, du kannst noch länger fliegen, dann können wir auch gerne länger fliegen. Da richte ich mich ganz nach dir. Ich werde dich auf jeden Fall mit meinem Equipment unterstützen. Das kann eine Drohne sein, das können die Akkus sein, die Fernbedienung. Also von daher, wenn du noch kein Equipment hast und du möchtest in das Thema erstmal reinschnuppern, ist das was für dich? Dann bist du genauso bei mir richtig, wie als wenn du schon eine tolle Drohne hast und möchtest deine Skills einfach nur verbessern. Wenn du noch Fragen hast, dann findest du meine Kontaktdaten unten in der Videobeschreibung beziehungsweise auf meiner Homepage. Ich freue mich auf deinen Anruf oder deine E-Mail. So, jetzt gehe ich aber raus auf den Acker, weil das Wetter ist schön und werde selbst noch ein bisschen Drohne fliegen. Also, man sieht sich. Tschüss!